Ja, meine Freunde und damit herzlich willkommen zu unserem klassischen Vorbericht. Der FC Augsburg muss nach Leipzig. Ein sehr, sehr unangenehmes und schwieriges Spiel. Wir werden uns wieder sämtliche Sachen angucken. Mögliche Aufstellungen, Rückrundentabelle, Hinrundentabelle, aktuelle Formkurve, Facts to Win etc. Wie sah es in der Vergangenheit aus das Duell? Ich würde mich wie immer sehr, sehr freuen, wenn wir auch gegen Leipzig die 100 Daumen nach oben Challenge schaffen. Wir haben es wieder geschafft gegen den 1. FC Köln. Unfassbar toller Support bei diesem doch sehr aufwendigen Projekt mit diesen Vorberichten. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß und lasst uns einfach rein starten. Let's go! Ja, meine Freunde, in der Tabelle steht RB Leipzig wieder auf Platz 4. Wir haben hier die Niederlage von Freiburg ausgenutzt gegen die Bayern und haben sich selbst wieder mit einem Sieg gegen die Hertha 1-0 auf die Champions-League-Plätze vorgespielt. Sehr, sehr schwieriger Gegner der FC Augsburg. Bisschen in der Formkrise. Es will nicht mehr so ganz mit den Siegen viele Last-Minute gegen Tore, unter anderem gegen Wolfsburg, gegen Schalke. Jetzt gegen Köln ein sehr schwaches Heimspiel gezeigt. Steht wirklich ein bisschen wieder unter Zugzwang. Ja, das hat man sich so ein bisschen selber eingebrockt. Man ist nur noch 6 Punkte vom Relegationsplatz weg, 7 vom direkten Abstiegsplatz. Das Puffer ist immer noch groß, aber man muss schon langsam schon ein bisschen vorsichtig sein. Wer sich noch an das Hinspiel erinnert, Leipzig gegen Augsburg. In Augsburg war ein krasses Spiel. Ich war da selbst im Stadion. 3-0 hat der FCA geführt. Man dachte sich, man ist irgendwie im falschen Film. Dann gab es die rote Karte von Iago. Maximal unnötig. Gelb-rot war es. Und dann, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hat dann Leipzig in den letzten Minuten komplett das Spiel gekippt. Dann Koko eingewechselt. Und der ist eventuell ja auch wieder eine Option für, ja auf jeden Fall für den Kader. Und könnte wieder von der Bank kommen, vielleicht auch starten. Ja, von der Bank denke ich. Und das riecht schon ein bisschen nach, ach, keine Ahnung. Also habe ich kein gutes Gefühl als Augsburger, wenn ich das höre. Dann haben wir noch 3-3 gespielt. Also ein unfassbares Spiel. Auch für neutralen Zuschauer, glaube ich, spannend mit anzugucken. Ja, das waren so meine Erinnerungen an das Hinspiel. Gucken wir jetzt mal einfach mal auf die Rückrundentabelle. Da steht RB gar nicht so gut da. Auf Platz 6 mit 5 Siegen, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Der FC Augsburg auf Platz 11 kann damit sehr gut leben. Immer noch, finde ich, mit 3 Siegen, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen auswärts hat man aber alle Spiele wirklich auch verloren. Also eine gravierende Auswärtsschwäche gegen eine Mannschaft, die wirklich gut dasteht zu Hause. Also in der Heimtabelle Leipzig hier auf Platz 4 mit 9 Siegen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 13 Gegentore, 29 Punkte. Gut, das ist ein sehr, sehr heimstarkes Team, RB. Ja, und wir in der Auswärtstabelle, zwar auf Platz 13, man muss dazu sagen, wir haben diese Auswärtspunkte aber zu, also vermehrt ja in der Hinrunde geholt, wo wir da einen kleinen Lauf hatten. Jetzt ist es wirklich sehr, sehr lange her. Unser letzter Auswärtssieg war, meine ich, auch wirklich gegen Schalke, wenn ich mich immer noch richtig entsinne. Ja, müsste immer noch gegen Schalke sein. Und das war ewig, ewig her in der Hinrunde im Oktober irgendwann. Also wir haben wirklich eine Auswärtsschwäche, da kann er nur auch sagen, was er will, dass es nicht im Kopf ist oder so. Wir haben eine Auswärtsschwäche und das ist Fakt, zumindest was die Punkte angeht und auch spielerisch. Viele Fehler auswärts, machen wir allgemein zur Zeit viele und das ist einfach Fakt. Die Auswärtsschwäche ist da. Lass uns mal nochmal auf die Ergebnisse von Leipzig gucken, was sie so in den letzten Wochen gespielt haben. Also Sieg gegen Hertha nur 1-0, waren aber klar, die bessere Mannschaft hätte auch ein bisschen höher ausgehen können. Denn zu Hause gewonnen gegen Dortmund im DFB-Vokalspiel, habe ich geguckt, da haben sie Dortmund komplett überrannt. Also wahnsinnig Spiel gemacht, gerade so Topspiele kann Leipzig ja auch gut. Und da haben sie aber ein Spiel im 1.4., das für ein bisschen Mut gibt, gegen Mainz, wo wirklich alle überrascht. Hat 3-0 zu Hause verloren gegen Mainz 05. Mainz ist ja schon so ein bisschen vom Spielansatz Augsburg ähnlich. Das muss man wirklich so sagen. Lange Bälle, mit Füßen starkem Stürmer versuchen zu behaupten, dann ins Umschalten zu kommen. Und sehr körperbetont, mannorientiert, gegen den Ball sehr stark. Das ist halt auch der FCA. Also macht das Ergebnis mir zumindest ein bisschen Mut. Leipzig hat auch in Bochum zum Beispiel 1-0 verloren. Also die Form war jetzt nicht überragend, aber die letzten zwei Spiele kamen sie wieder wirklich in Tritt. Aber wie gesagt, das ist Mainz, Ergebnis 0-3 zu Hause kann uns Augsburg auf jeden Fall ein bisschen Mut geben, wie ich finde. Der 28. Spieltag ist allgemein ein Spieltag, der es richtig in sich hat. Geht ja schon am Freitag hier los mit Schalke, Hertha. Werden wir uns auch im Livestream auf Twitch angucken. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel, gerade im Abschiedskampf geht es ja hin und her so knapp, was lange nicht mehr. Es ist so viel drinnen. Denn mit einem Ergebnis kann man sich wieder komplett zurückkämpfen da unten. Und ja, man sieht halt hier auch, Stuttgart gegen Dortmund wird wahrscheinlich Stuttgart wohl eher verlieren. Aber auch die haben einen Höhenerseffekt. Ein tolles Spiel gegen Bochum gebracht, den Pokal gegen Nürnberg gewonnen. Es sind schon wirklich spannende Wochen jetzt. Die nächsten Bochum muss in Berlin spielen. Ein sehr schwieriges Spiel. Also selbst wenn man jetzt aus Augsburg-Sicht das Spiel verliert, wo man wohl so ein bisschen schon einplanen kann. Natürlich geht was, aber kann man einplanen. Ist es noch möglich, dass man irgendwie mit einem blauen Auge davonkommt? Wenn zum Beispiel Stuttgart gegen Dortmund verliert, Bochum gegen Union verliert, dann wäre das noch einigermaßen ein. Im Rahmen Hoffenheim verliert im Normalfall auch gegen Bayern, die aber auch angeschlagen sind von der 3-0-Klatsche in City. Aber im Normalfall, sage ich, gewinnt das Bayern auch. Und dann hätte man zumindest da hinten den Abstand gewahrt. Bei Schalke-Hertha wird es halt Punkte geben. Für einer der Teams wird man dann sehen, wie das ausgeht. Und unentschieden könnte ich zum Beispiel persönlich dort sehr gut mitleben. Also in der Hinsicht könnte die Konkurrenz wieder auch für uns spielen. Weil wir haben wirklich ein schwieriges Spiel jetzt gegen Leipzig. Gehen wir mal ein bisschen so in die Aufstellungen rein. Da sieht man auch schon die Qualität eigentlich dieser Mannschaft. Was halt richtig heftig ist, das habe ich heute noch gelesen, vor dem Vorbericht Nkunku, ist wieder Mannschaftstraining. Ja, seit Dienstag könnte definitiv damit eine Option für den Kader sein. Auch von der Bank ist der auch gefährlich. Erinnert euch einfach ans Hinspiel, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Der hat da die Wände mitgebracht. Also das ist so eine Sache, wo mir ein bisschen Sorgen macht. Timo Werner vorne findet halt sehr viel Tiefe. Nicht mehr im Abschluss der Spieler, wo er mal macht. Trifft auch viele falsche Entscheidungen vor dem gegnerischen Sechzehner. Aber er findet halt immer die tiefen Laufwege. Steht auf dem Abseits, aber ab und zu flutscht dann doch durch. Und wir schieben ja auch tendenziell gerne mal sehr hoch. Müssen wir wirklich enorm aufpassen vor Timo Werner. Sobuslay und Olmo, zwei Spieler. Sobuslay meine ich mit den meisten Vorlagen bei Leipzig. Ist beide auch enorm sehr guten Distanzschuss drinnen. Sobuslay und Olmo Fackel. Nicht lange, wenn es sich die Möglichkeit gibt, für sie aus freier Bahn abzuziehen. Auch aus 30 Meter holzen die mal drauf. Das war auch auf Pausen, dass einer hier einstieg hat. Gikiewicz, wenn er spielt, ist ja auch noch angeschlagen. Aber ich denke, es wird wieder reichen fürs Wochenende. Ist ja auch mal für einen Distanzschuss gegen Tor gut. Muss man ganz klar sagen. Und ja, macht mir schon hier ein bisschen Sorgen. Forsberg ist jetzt ein bisschen mit einem Effekt raus. Das kann man natürlich auch bringen. Ihr seht, die haben Optionen. Das ist bei Leipzig eh immer schwierig zu sein, wer dann am Ende spielt. Aber so in etwa schaut es bei denen immer aus. Leimer auch gerade ein bisschen angeschlagen. Könnte aber halt ein Kampel dann einfach spielen. Neben Haidara eine gute, kreative Doppelsex. Auch mit ordentlichen Fähigkeiten am Ball. Henrichsraum auf dem Flügel. Oder halt Halstenberg. Nationalspieler. Also da sind wirklich, da ist eine unfassbare Qualität drinnen. Guardiol, Orbán, Simakar. Sehr gute Innenverteidigung. Also egal, wer da spielt. Es ist einfach ein plastischem Tor. Eine Mannschaft mit Champions League Qualität. Es ist einfach so. Das muss man so sagen. Und klar, wir haben gerne solche Mannschaften gerade dann auch ärgern können. Warum auch immer liegt das dann uns sehr, wenn Mannschaften aktiv Fußball spielen, die einfach Favorit gegen uns sind. Da kämpfen wir uns irgendwie rein in die Spiele und holen dann gerne mal einen Punkt oder auch einen Sieg. Also natürlich geht hier was für uns. Aber wir müssen wirklich gut reinkommen in das Spiel. Weil wenn ihr wirklich diese Namen anguckt, dann ist das schon ein richtiger, richtiger Kracher. Ja, meine Leute, dann kommen wir mal zur Aufstellung von uns. Ich würde nicht wundern, ich nehme das hier nach der PK auf, diesen kleinen Aufstellungsblog. Gibt ja ein paar Nachrichten bei Risha, kann wohl nicht, trainiert nur individuell. Seit knapp zwei Wochen ja nicht so wirklich Mannschaftstraining. Das ist richtig bitter. Dorsch trainiert individuell, Jeboa trainiert individuell. Dann haben wir unsere Langzeitverletzten, die Sperren, Demirovic. Also schon ein kleines Lazarett. Auch Oxford immer noch nur individuell am Trainieren reicht auch nicht. Das finde ich richtig schade, dass er nicht in die Gänge kommt. Einfach vom Verletzungspech verfolgt, sie mal. Naja, kommen wir zum Torwart. Thomas Kubek wird im Tor starten. Für mich eine Sache, mit der ich sogar ganz ordentlich leben kann. Gikiewicz war einfach die letzten Wochen nicht in guter Form. Unabhängig von seiner Verletzung tut ihm vielleicht mal eine Woche Pause gut, dass er dann wieder in Topform kommt. Und vielleicht kann Kubek hier auch seine Chance nutzen. Ich fand ihn, wie gesagt, nicht so schlecht in den Spielen, wo er im Kasten war. Hatte zwar auch mal ein paar Unsicherheiten, aber auch sehr gute Reflexe. Dementsprechend soll Kubek hier die Chance nutzen. Es kann auch sein, dass wir viele Torschüsse aufs Tor kriegen. Aber ja, aufgrund der Form von Gikiew ist das hier auf jeden Fall zu verkraften. Petersen kann wieder. Gelbsperre ist vorbei. Das ist halt so eine Sache. Ich gehe stark von aus, dass Petersen irgendwie in die Startelf rückt. Entweder auf rechts für Gummi, der einfach auch komplett außer Form ist. So ein bisschen als Schwachstelle die Seite bei uns erkannt worden. Gerade bei Flanken auf dem langen Pfosten kassieren wir da viele Tore über die Seite. Könnte gut sein, dass hier Petersen für Gummi spielt, damit er mal eine Woche einfach rausnimmt und das Tempo von Leipzig einfach entgegentutzt. Weil die Leipziger sind einer der schnelleren Mannschaften der Liga. Könnte mir gut vorstellen, dass Petersen hier auf rechts spielt. Kube und Udukay vielleicht hin. Udukay trainiert halt auch die ganze Woche schon voll mit. Also für mich, wenn Udukay kann, wird er spielen. Man erwartet hier ja auch offensive Leipziger werden viel zu tun haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass Udukay hier schon startet, wenn er kann. Nehmen Kube, der dann wieder nach rechts rückt und Bauer erstmal wieder auf der Bank Platz nimmt. Wenn nicht, dann, wenn Udukay noch nicht so weit ist, werden halt Kube und Bauer das wieder machen. Wir bekommen auswärts aber allgemein zu viele Gegenteuer. Es war ja im Prinzip auch nicht wirklich egal, wer da hinten spielt. Wir müssen das wirklich einfach abstellen. Iago könnte ja auf links wieder starten, auch wenn er jetzt letzte Woche nicht gut gespielt hat. Liegt es auch vieles, glaube ich, am System, wie wir da spielen. Oder er spielt eben Petersen auf links und Gummi rechts, was ich aber eher nicht glaube. Also mein Gefühl ist, er jage auf links und Petersen auf rechts gegen Leipzig wegen dem Tempo. Auf der 6. Ja, Leute, ich bleibe dabei. Ich würde sehr gerne 4-2-1-3 mit Mbuku auf der 10 spielen. Nur glaube ich halt einfach nicht daran, dass Enno das macht. Er hat Mbuku jetzt auch wieder erst sehr spät gebracht gegen Köln, wo das Spiel dann schon entschieden war. So scheint er ihm das einfach noch nicht zuzutrauen. Dementsprechend Cardona habe ich jetzt auf der 6. Ich meine Rechtsbetscher und Engels, kann aber auch Meier für einer von beiden spielen. Und man könnte auch rechts mit einem Mbuku spielen. Oder auf der 10 eben mit einem 4-2-1-3. Was aber sehr unwahrscheinlich ist, weil Enno nicht gerne viel ändert. Das ist einfach nur mal Fakt der letzten Wochen, auf den ich mich beziehe. Also gehe ich mal davon aus, dass Meier auf jeden Fall wieder auf rechts startet. Rechts und Engels im Mittelfeld. Und Vargas auf links, Belio vorne, dabei Risha und Demirovic ja ausfällen. Und dann hoffe ich wenigstens auf Cardona im Sturm. Oder vielleicht auch einen Mbuku. Aber es wird dann eher ein Cardona, wenn wir ein 4-4-2 spielen. Wir wollen ja physisch auch immer spielen. Cardona hätte zumindest das Tempo, das Jensen nicht hat. Jensen hat für mich die Startelf überhaupt nicht nutzen können. Gegen Köln war überhaupt nicht Teil des Spiels, des Offensivspiels. Es ist viel nur mitgelaufen, kaum gute Zähnen gehabt, bis auf den Seilfallzieher. Und mal einmal über den Ball durchgesteckt hat. Aber sonst war er wirklich in diesem System fehl am Platz, vorne in der Spitze zumindest. Wirst du mal nur dann anders spielen. Also ich hoffe fast ein bisschen, dass Cardona startet, neben Belio zumindest. Sonst wird Enno, glaube ich, hier nicht viel ändern. Meine Aufstellung wäre, wie gesagt, 4-2-3-1 mit dem Buku auf der 10. Cardona auf rechts, Belio im Sturm links, Vargas. Bleibe ich dabei auf der 6. Könntest du dann auch eine Meier neben Rechtsbetschei bringen oder Engels neben Rechtsbetschei und dann halt auch wechseln. Dementsprechend, so ist es halt einfach. Jetzt mal mein Stand der Dinge, Baumi und Vega haben wir ja auch noch auf der 6. Falls es hier auch mal, vielleicht mit dem Vega auch mal auf der 6 sehen, haben wir ja auch noch nie gesehen. Da hat er sonst immer IV oder LV gespielt. Gibt auf jeden Fall Optionen da. Gerade vorne tut uns natürlich enorm weh, dass Berisha und Belio, die zwei Topscorer, Berisha und Demirovic, unsere Topscorer, beide fehlen. Das ist schwierig zu ersetzen. Gerade die beiden im Doppelsturm gefällt mir halt dann doch sehr gut. Ja, wir müssen damit leben. Oxford fehlt weiterhin, Dorsch fehlt weiterhin. Zumindest trainieren die Jungs individuell. Kevin Bohr will auch im Zeitneins Mannschaftstraining kommen, wird aber auch noch locker eine Woche, denke ich, fehlen. Es sind schon harte Abgänge mit den Langzeitverletzten André Hahn etc. auch noch. Also, naja, wir sind es gewohnt. Kubek hoffe, ich nutze seine Chance und die Jungs, wo dann am Ende spielen. Es wird nicht leicht. Das war jetzt erstmal mein Gefühl zur Aufstellung und wie wir wohl starten werden. Mal ein bisschen zu den Statistiken. 17 Mal gab es dieses Duell. 9 Mal gewann Leipzig, 5 Mal gewann. 5 Mal gab es einen Unterschied, 3 Mal gewann der FCA. 28 zu 50 Zolldifferenz, also Plus für Leipzig. Aber ist gar nicht so klar, wie ich es jetzt gedacht habe. Also, wir haben schon ganz ordentliche Ergebnisse auch gegen Leipzig eingefahren. Aber die letzten Heimspiele waren schon ganz klar auf RB-Seite. 4-0, 2-1, 3-1, 0-0. Das 0-0 war auch das einzigste Mal, dass wir in Leipzig nicht verloren haben. Sonst haben wir in der Bundesliga, also nicht im DFB-Vokal, da haben wir auch gut ausgeschaut, aber das liegt in einer längeren Vergangenheit zurück, haben wir wirklich kein Spiel in Leipzig gewonnen, also in der Bundesliga. Und das ist schon, ich glaube, Leipzig hat zwar alle Spiele gewonnen, bis auf dieses 0-0. Ja, so war es sogar. Und das ist schon eine klare Aussage. Man muss, was mir halt wieder Mut gibt, das Spiel, wie gesagt, von Mainz in Leipzig, das 3-0. Weil sie ist schon auf eine gewisse Art uns ähneln, die Mainzer. Und was mir auch Mut gibt, der Serienbruch gegen Leverkusen. Die haben wir ja auch nie gewonnen gehabt, also weder auswärts noch daheim, alles verloren gefühlt. Sogar war ja so, glaube ich. Und jetzt haben wir dieses Jahr Leverkusen zweimal geschlagen, sowohl heim- und auswärts. Also solche Serien können dann auch brechen und es wäre schon mal ein guter Anfang, dass sie bricht. Aber Leipzig ist einfach klarer Favorit und wir haben ja aktuell auch wirklich eine Auswärtsschwäche. Das ist einfach so. Deswegen bin ich da gar nicht so optimistisch, dass hier was für uns geht. Es bräuchte schon ein kleines Wunder und wirklich ein überragendes Spiel von uns. Schaut man sich die Statistik insgesamt an, es bleibt sich natürlich klar bei Toren pro Spiel vorne. Gegentore auch ganz klar vorne, ist halt einfach eine Top-Mannschaft. Wir sind im Keller. Torschossen herausgespielt. Leipzig auch einer der stärksten Mannschaften der Liga mit 2,26 pro Spiel. Wir mit 0,93. Also das ist dann schon ein klassen Unterschied, auch hier in der Statistik. Zugelassen Großchossen, auch eine klar bessere Defensive. Bei RB Passquote muss man gar nicht drüber reden. Im Pressing sind wir auf Augenhöhe. Wir pressen immer hoch, aber auch Leipzig ist eine Mannschaft, die gerade, wenn sie den Ball auch gewinnt, enorm schnell nach vorne spielt. Über Werner, wie sie alle heißen, Sorbosleib, Forstberg, Olmo, finden ganz schnell die Zwischenräume, gehen dann steil wie eine Rakete in Kunku, falls er spielen kann, Henrichs. Alles schnelle Spieler, die auf so Fehler lauern und dann einfach im Konter einen unglaublich wehtun können und unfassbar schnell nach vorne spielen. Die fackeln ja gar nicht. Klingen, wenn sie auch einen Lauf kriegen, eine richtige Dynamik ins Spiel, wo du aufpassen musst, dass du dann nicht wegschossen wirst. Das ist eine gefährliche Mannschaft. Faust pro Spiel sind wir eigentlich auf Augenhöhe. Das ist auch nochmal klarzustellen, dass Augsburg gar nicht so hart spielt. Das ist alles im Rahmen. Hier, Facts to win. Puh, ja. Schwierig, meine Lieben. Wirklich schwierig. Keine groben Fehler, kann ich ja durchgehend drin lassen. Aktuell Vorsicht vor RB Umschaltspiel, wie ich es gerade gesagt habe. Einer der schnellsten Umschaltmannschaften der Liga. Mit Leverkusen finde ich sogar vielleicht die beste Kontermannschaft der Liga. Also wenn man da den Ball verliert, kann es richtig gefährlich werden. Unnötige Fehler muss man unbedingt im Mittelfeld schauen, dass man vermeidet. Sonst kannst du böse enden und kontern. Jetzt sage ich es mal so. Wenn wir aus irgendeinem Grund und wie auch immer das Spielverlauf einfach wieder für uns läuft, wie im Heimspiel gegen Leipzig, wo man 3-0 geführt hat. Ein Standard reinfliegt bei uns. Irgendwas passiert wie in Wolfsburg, dass wir aus dem nichts führen. Und hinten aus, sagt man in den letzten 20 Minuten, immer noch führen gegen Leipzig. Dann müssen wir schauen, dass wir uns nicht mehr so extrem einigeln, sondern auch auf Konter lauern. Der Gegner macht doch dann auf, wenn wir führen. Dann muss man vorne Tempospiele einwechseln und schauen, dass man den entscheidenden Punch setzt. Dieses Verwalten und Mauern. Spiele über die Zeit bringen, wenn man führt oder unentschieden über die Zeit bringen am Ende. Das können wir nicht. Das geht so nicht gut, wie es Enno bis jetzt probiert hat. Es klappt nicht. Wir können es nicht. Es geht zu hoher Wahrscheinlichkeit immer schief. Wenn wir uns hinten reindrücken lassen, dann flutscht irgendwie doch ein hoher Ball durch. Irgendeiner macht einen Fehler, ob es der Torwart ist, ein Verteidiger, Mittelfeldspieler. Egal, wir machen einen Fehler. Wir dürfen uns nicht so einschnüren lassen, so extrem. Das ist einfach in der Vergangenheit nicht gut gegangen. Deswegen wünsche ich mir, falls aus irgendeinem Grund wir die Chance haben auf einen Unentschieden oder einen Sieg sogar in Leipzig in den letzten Minuten. Und Enno, ja, kompakt stehen, aber wechselt vorne dann Techniker, Tempospieler ein, damit wir noch den entscheidenden Nagelstich eventuell setzen können, um dann das Spiel zu entscheiden. Oder auch Leipzig halt einfach vor Problemen defensiv zu stellen. Wenn wir das nicht machen und wieder irgendwie dann einen Jensen bringen, auch ich will es gar nicht so sehr gegen Jensen fronten, aber er hat nun mal nicht das Tempo. Oder er soll, ja, dann ist das einfach nicht der Fall, dass wir da irgendwie Mehrwert nach vorne haben. Er läuft zwar dann gegen den Ball, aber trotzdem schnürt uns dann der Gegner ein, weil wir halt nicht in den Konter reinkommen. Wir müssen ja Konter spielen, wenn wir führen. Also das ist wirklich so eine ganz wichtige Sache. Wenn das der Fall ist, dann bitte, liebe Mannschaft, lasst euch nicht so eindrücken von den Gegnern. Es ging einfach Woche für Woche fast immer in die Hose, dieses Gezittere. Und jetzt muss da auf jeden Fall ein anderer Ansatz gefunden werden. Genau, das ist mir auch wichtig zu sagen. Abstände, gute Organisationen, Kampfen, Leidenschaft, Grundtugenden in diesem Spiel. Na, genau. Also, ihr habt es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen so rausgehört. Ich bin, wie soll ich jetzt sehr optimistisch für euch sein vor diesem Spiel? Wir sind auswärts, was Ergebnisse angeht, sehr, sehr schwach die letzten Wochen. Wir haben jetzt in Wolfsburg zumindest den Punkt geholt, wo wir eigentlich in der letzten Minute halt wieder durch den Fehler nicht gewinnen. Waren dort aber auch nicht gut, hatten 0,2 und 0,3 x Goals, haben halt die Tore geschenkt bekommen, haben das ja auch nicht nutzen können. Haben sonst in den Auswärtsspielen auch spielerisch immer, eigentlich nahezu immer schlecht gespielt. Haben dann auch noch dumme Gegentore bekommen, einfache Gegentore, die gilt es aber überall, auch zu Hause mittlerweile zu verhindern. Wir kommen mal zu viele. Leipzig lauert genau auf solche Fehler und schaltet dann schnell um. Das müssten wir alles abstellen. Das muss alles abgestellt werden, um dort eine Chance zu haben. Und dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Spielglück und eine unfassbare Effektivität vom Tor. Und aufgrund der Ereignisse der letzten Woche auswärts, wie wir uns so ein bisschen präsentiert haben, Form nach hinten, ist für mich das Gefühl ganz klar, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Jetzt habe ich es auch gut erklärt, warum. Ich habe aber trotzdem immer Hoffnung, dass für uns irgendwo was geht. Ich sage es ja in jedem, auch bei meinem Zweitkanal, wenn wir einen Abstiegskampf-Talk machen, dass wir, der FC Augsburg, gerade wir eine Mannschaft sind, die völlig unerwartet dann einen Sieg holt, vielleicht auch in Leipzig, vielleicht in Leverkusen, auch mal die Bayern schlägt. Das sind wir auch. Und dann freue ich mich am allermeisten, wenn ich bei diesen Gefühlen und Tipps falsch liege. Oder hier in einem Punkt in Leipzig, das wäre unfassbar gut, wenn wir das schaffen. Hätte mal ein bisschen Druck raus aus dem Stuttgart-Spiel dann nächste Woche, wo es dann am Freitagabend steht. Aber genau deswegen bin ich einfach sehr pessimistisch. Und Leipzig ist einfach heimstark. Hat auch nicht mehr die Doppelbelastung, ist aus der Champions League rausgeflogen. Haben die letzten zwei Spiele schon sehr gut gespielt. Das Einzige, was mir auch Hoffnung macht, da habe ich auch gedacht, dass mein Spiel, wo Mainz halt in Leipzig gewinnt, 3-0, habe ich auch gedacht, dass Leipzig die mehr oder weniger auch locker schlagen wird zu Hause. Dementsprechend ist hier mein Tipp. 3-1 für Leipzig. Wie gesagt, wir haben dort noch nie gewonnen. Formkurve ist nicht gut, gerade auswärts spielen wir nicht gut. Ich bin da zu viel Realist. Ich kann euch natürlich jetzt einen Tipp hinklatschen. Mein Hoffnungstipp 2-2. Oder wir gewinnen irgendwie, bringt ja nichts. Ihr wollt ja das hören, was ich wirklich denke, denke ich. Und das ist ja auch das Wichtige. Und mich würde es auch enorm freuen, wenn ihr in den Kommentaren mir auch ein Feedback zum Spiel gebt. Wie ist so euer Gefühl? Was sind eure Tipps? Ich habe jetzt hier nochmal eine letzte Grafik, die ich einblende. Das ist schon auch eine klare Indiz. Wir haben eine Umfrage gemacht, das sind 311 Stimmen. Der Großteil sagt, wir schaffen 52 Prozent bei über 300 Stimmen. Sie haben nur einen knappen Klassenhalt. Die Mannschaft hat so ein bisschen das Vertrauen leicht verloren mit den letzten Leistungen. Aber auch 33 Prozent sagen solider Klassenhalt. Und mit dem könnte ich wirklich sehr, sehr leben. Also Stuttgart-Spiel wird halt viel entscheiden. Verlierst gegen Stuttgart mit eher so einem knapper Klassenhalt. Gewinnst gegen Stuttgart geht es Richtung solider Klassenhalt. Da ist der Trend. Alles andere war wirklich unter 10 Prozent. Also wird es wohl auch in die Richtung irgendwo ausschlagen. Da möchte ich mich auch bei euch bedanken, dass ihr bei den Umfragen immer so zahlreich mitmacht. Genau. Damit zeige ich vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich würde mich wieder sehr über ein positives Feedback hier auf jeden Fall freuen von euch. In Form von Daumen nach oben und in den Kommentaren. Verzeiht es mir, dass ich nicht so positiv sein kann. Aber ich analysiere ja auch nur die letzten Wochen und den Gegner. Und komme dann zu meinen Schlüssen. Auch gegen Köln war ich nicht so optimistisch. Und das hatte er am Ende auch recht. Wir werden das Spiel am Samstag ab 14.30 Uhr streamen auf Twitch. Könnt ihr wieder sehr gerne einschalten. 20 Uhr schauen wir uns auch am Freitag das Abstiegskrimi an. Schalke gegen Hertha. Wo er auch enorm wichtig für uns sein wird. An dieser Stelle danke ich euch für alles, für euren grandiosen Support auf diesem Kanal. Euer Dennis. Und ich sage Ciao, ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald.